Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Waltnig Empowerment. Ich bin davon überzeugt, dass gerade Führungskräfte und Unternehmer in diesen Zeiten besonders an ihre körperlichen und emotionalen Grenzen kommen. Burnout, Stress und Ängste verhindern ja oft, ganz einen klaren Blick nach vorne zu haben. Es braucht also die Fähigkeit, nach schwierigen Herausforderungen wieder in eine emotionale und mentale Balance zu kommen. Viel mehr als jemals zuvor. Das Ziel von diesem Kanal ist es, so vielen Menschen wie möglich Impulse, Ideen und Tipps für die Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Dass man in der eigenen Verantwortung bleibt, in der eigenen Kraft. Und damit einen wichtigen Schlüssel zu mehr Glück, Erfolg zu geben. Meine Zielgruppen sind Menschen in Führungspositionen und Unternehmerinnen und Unternehmer. Warum? Weil diese Arbeit dann eine direkte, positive Auswirkung auf alle Mitarbeiter im Unternehmen haben. Und da da reiche ich am meisten Leute. Und dann ist es ein wesentlicher Beitrag für ein gutes, respektvolles Miteinander und ein gemeinsames Wachstum. Und genau dafür bin ich angetreten. Und genau dafür mache ich den Kanal. Weil ich bin der Überzeugung, dass Selbstreflexion, sich selber bewusst werden, wie man tickt, Schlüsselqualifikationen für die Lieder der Zukunft sein wird. Was genau erwartet dich in diesem Kanal? Ich werde dir mein Wissen rund um die moderne Psychologie und die neuesten Erkenntnissen und die wichtigsten Erkenntnissen der Gehirnforschung bringen und wir werden darüber reden. Und vor allem aber auch das Thema Selbstwert ist ein großes Kapitel in meiner Arbeit. Auf dem Kanal wirst du auch ganz viel über Empower Tapping lernen. Das ist der geniale Werkzeugkoffer, wo ich aus hunderten von Ausbildungen die besten Methoden, die besten Tools zusammengetragen habe, geschakt habe und sozusagen einen Cocktail gemacht habe, den ich auch bei den Diplom-Mental-Trainern oder in meinen Empowerment-Seminaren dann auch trainiere und unterrichte. Also ich werde auch konkrete Übungen zeigen, die dir helfen, dass du merkbare Unterschiede spürst. Wenn dir das gefällt und wenn das gut klingt für dich, freue mich über deinen Kommentar, abonniere doch den Kanal, teil gerne es auch auf deinem Kanal und sende es an andere Menschen, damit so viel wie möglich davon erfahren. Ich bedanke mich recht herzlich und freue mich schon, dass wir uns demnächst wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Vielen Dank.